Qualifizierung mit TTS – Microsoft Office 2016 und Windows 10 für Umsteiger Sie arbeiten bereits regelmäßig mit Office 2010 oder 2013, aber jetzt ist es an der Zeit, zur Version 2016 zu wechseln. Und natürlich möchten Sie wissen, was sich geändert und vor allem verbessert hat. Dann ist dieses Lernprogramm genau das Richtige für Sie. Hier erfahren Sie nicht, wie Sie Dokumente speichern oder drucken, denn das wissen Sie ja schon längst. Hier lernen Sie, welche hilfreichen Neuerungen es in Office 2016 gibt und wie Sie diese sinnvoll in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen. Steigen Sie zusätzlich auf Windows 10 um? Keine Angst! Auch darauf bereitet Sie dieses Lernprogramm vor. Wissen Sie, wie Sie im neuen Internetbrowser Edge Webseiten mit Anmerkungen versehen können? Haben Sie schon Ihre persönliche Assistentin Cortana um Rat gefragt? Das Lernprogramm verrät Ihnen mindestens zwölf neue Windows-Funktionen, die Sie unbedingt beherrschen sollten. In 22 Lerneinheiten zu Word, Excel, PowerPoint und Outlook lernen Sie, wie Sie die Neuerungen von Microsoft Office 2016 ganz praktisch in typischen Arbeitssituationen einsetzen können. Vielleicht sind für Sie besonders die neuen Funktionen interessant, die Ihnen die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen vereinfachen? Dann üben Sie, wie Sie gemeinsam und in Echtzeit ein Dokument bearbeiten oder wie Sie Ihre Teamkommunikation in Gruppen sammeln. Lieben Sie Zahlen? Dann lassen Sie sich von Excel Power Query beeindrucken. Kritzeln Sie gerne? Mit den neuen PowerPoint-Freihand-Tools können Sie Ihre Präsentationen endlich auch manuell verschönern. Und falls Sie es einmal ganz genau wissen wollen, die office-übergreifenden, intelligenten Funktionen sind stets zur Stelle. Jede Lerneinheit beginnt mit einer Aufgabe aus einem ganz normalen Arbeitsalltag. Die Zusammenarbeit mit den lieben Kollegen, das Chaos im papierlosen Büro, vieles wird Ihnen bekannt vorkommen. Ihr persönlicher Trainer führt Sie durch die täuschend echte Software-Simulation. Führen Sie die einzelnen Bedienschritte aus, als befänden Sie sich in der echten Anwendung und meistern Sie so die im Fallbeispiel beschriebene Aufgabe. Abgerundet wird jede Lerneinheit durch eine Quizfrage und die Zusammenfassung der wichtigsten Themen. Und selbstverständlich können Sie sämtliche Inhalte auch ausdrucken. Sie haben das Lernprogramm durchgearbeitet und dann geht's los mit Ihrer täglichen Arbeit und mit den Guides. Die Guides für Microsoft Office 2016 und Windows 10 unterstützen Sie genau dann, wenn Sie Hilfe bei der Arbeit brauchen. Die Orange unten rechts auf Ihrem Bildschirm erkennt, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden und schlägt Ihnen den passenden Guide vor. Dieser leitet Sie Klick für Klick durch die Bearbeitungen. Das ist gerade bei selten genutzten Funktionen sehr hilfreich. Ein Beispiel. Sie haben eine neue Berufsbezeichnung und möchten in Outlook Online Ihre Signatur aktualisieren. Das machen Sie nicht jeden Tag. Wo war doch gleich die passende Funktion? Rund 1000 Guides für Office 2016, Office 365 und Windows 10 helfen Ihnen bei fast jedem erdenklichen Problem weiter und führen Sie zum Ziel. Wir wünschen Ihnen viel Freude am Lernen und bei der Arbeit mit Office 2016.